Naja, wieder bei diesen Minenschafts, glaub ich geh jetzt doch noch mal rein und ich nehm doch mal das Eisen mit. Oder erkunde ich hier einfach nur weiter. Du willst mal dich irgendwie finden hier schon mal Eisen. Du willst dich irgendwie finden, und wenn nicht, baue ich halt aufm Weg alles ab. Ich sehe aber deinen Namen gar nicht. Dann könnte das schwierig werden. Das wäre doch eine Spinne gewesen. Aber egal, ich habe hier eine Truhe mit. Eisen, Brot, Kohle und Redstone. Mein Inventar ist schon wieder über zur Hälfte voll. Das geht so schnell, ey. Man bräuchte echt so ein Plug-in, mit dem man ein unendlich großes Inventar hat oder irgendwie sowas, weißt du? Das ist ja keine Ahnung mehr. Weniger vielleicht, aber es wäre extremst nützlich. Welcher Level bist du eigentlich mittlerweile, durch das Ganze abbauen? Bei 20. Lol, ich bin 20. Ja, gestorben einmal. Ah, stimmt. Ach, genau da, wo ich das schön drüber gelacht habe. Wenn ich jetzt bin, wäre ich jetzt fündig. Jetzt schon nicht mehr raus, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das vorhin geschafft habe. Da bin ich durch Zufall rumgerannt und habe einfach rausgefunden. Das muss schnell nochmal gelingt. Aber ich muss nur jeden Platz finden, wo ich mir Truhe aufstellen kann, wo ich sie wiederfinde. Hm. Ja, für sowas habe ich einen Mini-Map-Mod. Der ist echt nützlich. So wie Optifine. Okay, warte mal, ich bin hier. Jetzt muss ich da lang. Wie komme ich hier lang, verdammt nochmal? Warte mal, hier war vorhin dahin die Zombies. Okay. Lang, dann auch hier. Ja, da geht sie die Leiter hoch. Direkt auch vorstelle ich mal eine Truhe auf. Viel Spaß dabei. Hier geht es ja noch weiter, der Minenschacht, ey. Das ist unglaublich. Boah, ey. Und Kohle. Kohle habe ich jetzt auch schon einen Stack, oder? Na ja, anderthalb Stacks. Wie viele Stacks hast du mittlerweile? Sieben, zehn, zwölf. Alter, wie viele Stacks Kohle hast du mittlerweile? Keine Ahnung, ich habe gerade weggeräumt. Hm. Und willst du es noch wieder finden, ist die Tour? Ja. Ich hab... Erstmal wieder hier. Gold. 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 Goldiges Gold. Da unten wartet das Skelett auf mich. Ach ja, das gute alte Endeminenfahren. Macht wesentlich mehr Spaß als draußen irgendwo rum zu... gammeln. Jetzt glitt das irgendwie weg. Ah! Da wartet es auf mich. Um die Ecke. Also ganz ehrlich mal, es gibt nicht genug YouTube-Speicherkapazität, um diese ganze Hülle zu erkunden. Oh, ich glaube schon, wenn es der letzte Ball hat. Das war eine lustige Aktion. Ah, okay, hier ging es weiter. Hier war diese mega krasse Zombie-Hülle. Das war, wo du jetzt einen Borner drin findest. Und hier ist hier eben ein Spawn. Hier habe ich schon ausgeleuchtet. Ich will da durchfahren. Jetzt gehe ich erstmal da runter. Da ist aber da auch ein paar Zombies stehen. Ach du, hier habe ich noch nie so ein kleines Ding gewesen. Dachte, ich kann nicht mal reingehen. So aus Spaß. Ich habe einen komplett ewigen Gang gefunden. Wenn die ganze Zeit geht. Oh, ich bin gerade immer noch am Kohle abbauen. Mehr Kohle. Immer mehr Kohle. Hm. Ich gucke, ob ich immer tiefer komme. Ich bin jetzt auf Layer 15 in der Mien-Schacht. Ist ganz gut zum Diamanten finden, sowas. Redstone. Lava. Oh ja, Lava gibt es jetzt auch hier. Boah, so einen großen Mien-Schacht hatte ich noch nie. Können wir echt froh sein, dass ich da die Map zufällig generiert habe. Das einzige, was uns irgendwie fehlt, finde ich, ist ein Sumpf. Für Seerosen oder so. Ja. Ja, da füllten wir auch noch einen. Aber mit dem Hausbau müssen wir jetzt echt bald anfangen. Ich meine, wir haben schon übel viel Crankes Zeug. Über 10 Diamanten. Das ist jetzt genau 10 noch übrig. Aber hier noch, ähm... Kein einziges Haus. Nur so eine kleine Wohnhöhle. In welche Richtung gehe ich jetzt sterben? Alter, ich bin mit dem Stack Kekse reingegangen und habe jetzt nicht mal mehr einen... Äh, nicht mal mehr einen halben. Ich werde es dunkel mal ordentlich mitnehmen. Ich habe mir auch ordentlich Sachen mitgebaut. Weißt du noch auf unserer, ähm, alten Multiplayer-Welt? Wie viel Weltraum wir da haben? Nein. Ernsthaft? Nicht mehr? Der ganze Truhe voll. Nur mit Redstone. Oh, naja, klar, stimmt. Ja, 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 ah, ja, 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 ja. Äh, ja, 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 stimmt schon. Oh, da ist Wasser. Vielleicht hätte ich die Taupendecke doch lieber zulassen sollen. Puh, you don't say. Aber ich war einfach so in Versuchung, äh, hier aufzumachen. Ich glaube, wir können es dir alle verzeihen. Unser paar Zuschauer und du. Äh, und ich meine ich. Ich werde hier so schläfrig, wenn ich eine Minen rumfarme, es ist wirklich so, einfach nur Brain-AfK, so rum, rumfuhrwerken, bisschen Zeug sammeln, ist wirklich schon schläfrig, ich, genau, ich, ab sofort schweigen werde jetzt und ich spiele da einfach nur ein bisschen Musik ein. Alter, ich weiß, hier speist es sich gerade nochmal in 8 Richtungen oder so, also der Minenschacht, oh, ich habe es mir zu lieb, ich habe gerade eine Kohle-Ader mit, ich habe zählt 34 Dingern. Da wäre es, ich stand nur bei einem Kohle um mich rum, ich dachte auch nur, was geht, ich habe auch noch nicht gesehen. Was ist up? Was heißt das? Ah, Creeper! So, ein Creeper weniger. Bei, ja, ein Stack fast, was ich gefunden habe in der letzten Part. Und ich bin erst ein paar Schritte gegenüber nicht. So crank, Alter, wie viel man hier findet. Ja, die hier, ah, hier gibt es nochmal weiter, kommt nochmal eine Haupthöhle, aber... Ich habe schon anderthalb Stacks Redstone. Ich baue ja nicht nur wegen den EP ab, ich glaube, ich werfe die sowieso wieder raus dann. Was ist denn Platz? Wenn ich komme auch Platz ab. Äh, klar. Aber überleg dir mal real life, du müsstest hier so mit 128 Blöcken Eisenerz durch die Gegend trennen. Wäre schon arg. Ach, sag mal. Ah, ja. So. Ah, und da bin ich wieder in einem alten System angekommen. Irgendwo ganz anders. Nichts sonst.